Herzlich willkommen bei S20BAU.TV. Letztes Update der Zugangstunnel zur neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie. Schicht für Schicht wird befüllt und hier vorne das dicke Rohr mit Infrastruktur wird eingegossen in Beton. Das sieht man ja schön an dieser Schalwand. Schicht für Schicht für Schicht. Nun noch ein Blick auf die Deckenkonstruktion der neuen Haltestelle. Also rechts und links die Treppenhäuser der Staatsgalerie. In der Mitte werden die Gleise sein und rechts und links die Bahnsteige, exakt so wie jetzt die Treppenhäuser zu sehen sind. Und deutlich zu erkennen, das geschwungene Dach, das dann den stadteinwärts laufenden Bahnsteig mindestens zur Hälfte, vielleicht drei Viertel freilässt. Und der stadtauswärts laufende ist fast komplett überdeckt. Und durch die Öffnung hat man nicht nur eine optimale Belüftung, sondern auch einen direkten Blick aufs Planetarium, wenn man da ankommt. Danke fürs Zuschauen. Über Daumen hoch freue ich mich sehr. Und wer nichts verpassen will, abonniert am besten den Kanal. Denn nach der kleinen Sommerpause geht's weiter. Ciao!